Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat. Heute bauen wir den Transporterraum aus der Classic-Serie Star Trek mit Kirk, Spock und Konsorten, einmal nach von Megablocks. Das Unboxing habe ich euch ja bereits hier im Kanal gezeigt, auch die Anleitung und ihr habt eben gesehen, ich habe hier die ganzen Teile jetzt hier auf meine Tellerchen aufgeteilt, insgesamt 321 Teile und dann kann es direkt mal losgehen. Hier habe ich auch schon die Minifiguren oder die, wie sagen sie, Micro-Action Figures gefunden, einmal Kirk und einmal der halb materialisierte Mr. Scott und da hinten steht Spock auch noch rum, aber auch die werfen wir später im Review noch mal einen genauen Blick. Jetzt geht es hier erstmal los mit dem Bauen. Ich starte und nachher erzähle ich euch ein bisschen was bei den einzelnen Bau-Zwischenabschnitten. Erster Zwischenstopp auf Seite 10 und wir haben quasi die erste Transportplattform hier schon fertig gebaut, zusammen mit so ein paar Teilen für die Wand. Ja und hier unten ist auch noch was Orangenes, keine Ahnung wofür. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus, so sieht es von hinten aus. Dort ist das ein bisschen hohler wie von vorne, ließ sich auch soweit alles gut bauen. Also Mega-Blocks typisch gewohnt gut, Klemmkraft ist gut. Ich habe mich hier einmal schon verbaut und hatte Mühe die Steine noch mal auseinander zu bekommen. Das Teil hier hatte ich falsch platziert und musste das wieder runter bekommen und die Klemmkraft ist halt wirklich gut. Dann bekommt man sie schwer wieder runter. Und ein Teil habe ich hier verzweifelt gesucht, das ist diese kleine schwarze Eckfliese hier oder dieses kleine schwarze Eckteil mit den zwei Noppen drauf, denn hier ist relativ viel schwarz dabei und da sucht man schon mal ganz gerne. Ich dachte zuerst, weil ich es gar nicht gefunden habe, es würde fehlen, aber es hat dann doch nicht gefehlt. Dann dachte ich, ein anderes Teil würde fehlen. Hier dieser kleine, einer schwarze Stein hier, der dazwischen steckt, aber auch der war irgendwo schwarz. Da sucht man einfach ganz gerne. Was mir gut gefällt ist, wie hier das mit dem Transporter gelöst ist. Das sieht echt nett aus. Diese Transparentteile hier, ja die haben auch wenige Kratzer drin. Die sind gut geraten, also nicht wie man sonst von diesen China-Teilen kennt, dass das alles total verschrammelt und verkratzt ist. Nein, das ist hier also völlig in Ordnung. Macht einen guten Eindruck. Und was mir hier auch wieder aufgefallen ist, und zwar hier bei der Befestigung. Das ist Megablocks typisch. Die machen ja ihre eigenen Lösungen, ihre eigenen Steine auch teilweise. Und nach stellt scharf. Hier wird dann unser orangenes Teil dran befestigt, und zwar wird es nicht hier irgendwie in die Zwischenräume reingedrückt, was man ja vielleicht auch denken könnte. Nein, das wird hier mit diesem Loch in der Mitte, lasst mal schauen, ob ich euch das zeigen kann, hier auf diesen Nupsi drauf gedrückt. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich zeige es euch mal. Das geht dann nämlich so. Einmal hier rein. Und so wird das Ganze befestigt. Also sowas kennt man von Lego her nicht. Funktioniert aber sehr gut. Und dann habe ich noch was gefunden. Von der Klemmkraft her lassen die sich 1a verarbeiten. Allerdings gibt es hier schon wieder Farbunterschiede. Schaut euch mal das Rot an. Der untere Bereich ist ja mal wesentlich heller wie der obere. Habe ich schon bei anderen Megablocksets gehabt, dass wir da Farbunterschiede hatten. Und das finde ich echt immer schade. Sogar hier bei Teilen, die ja recht ähnlich sind. Hier kann man es auch noch mal schön sehen. Also die Platte hier ist heller als die Teile hier. Kann eigentlich nur daraus kommen, dass das unterschiedliche Chargen sind. Und da war die Kunststoffabmischung bei der Farbe hier einfach ein bisschen anders. Naja, muss man mit Leben. Kein riesen Dealbreaker, aber auch etwas ärgerlich. Was auch ärgerlich ist, ich habe hier einen Teil gefunden, das hat einen Defekt. Nämlich hier diese Langfliese, diese schwarze. Ist erstmal eh schon ein bisschen verschrammelt, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Aber hier, Moment, die Kamera muss es einfangen. Hier sieht man, dass die beschädigt und deformiert ist hier am Rand. Also das sieht ganz und gar nicht normal aus. Und das wird hier so eine Abschlussfliese, die hier oben auf die Wand treibt. Ich schaue mal, dass ich die so verbaue, dass es nicht großartig auffällt. Aber naja, auch kleine Qualitätsschwächen, die sich hier offenbaren. So, genug Schwächen. Das Bauen macht trotzdem Spaß. Ich habe noch eine Menge vor mir und mache mal direkt weiter. Da nimmt er schon Formen an der Transporterraum und offenbart auch eine große Schwäche dieses Sets hier. Und das ist die Wiederholung. Man baut hier immer und immer und immer wieder dasselbe. Naja, ist eben so, wenn es am Ende alles so aussehen soll. Aber, naja, ich sage mal, wenn man eins dieser Elemente hier gebaut hat, dann weiß man Bescheid. Dann braucht man eigentlich die Anleitung gar nicht mehr, sondern könnte alle anderen auch direkt so bauen. Also hier wiederholt sich jetzt einiges. Aber, naja, dennoch finde ich, sieht es echt cool aus. Hier haben wir nochmal so eine Transporterplattform. Hinten mit diesen bedruckten Steinen. Und die sind richtig schön. Und vor allem, schaut her, die sind auch durchscheinend. Da könnte man eventuell vielleicht sogar später mal eine LED-Beleuchtung hinter machen, dass das nochmal ein bisschen interessanter aussieht. Hier sieht man an den Seiten, dort sind immer diese Transparentfliesen angebracht auf beiden Seiten. Und zwar bei allen von diesen Elementen. Unten drunter sieht es so aus. Ja, also recht wenig spektakulär, was sich jetzt hier vom Bau her mitteilen lässt. Was man hier noch sieht, das sind die Hinches. Einmal hier und einmal hier auf der einen Seite diese Nipsis. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Haken. Und so werden dann später hier die Elemente zusammengeführt, sodass man die ja so zusammenbiegen kann quasi, dass man einen Raum hat, aber auch so komplett auseinanderstellen kann. Aber soweit ließ sich alles gut bauen. Es geht einfach, es hat kein Teil gefehlt. Alles in Ordnung. Ich bin mittlerweile hier auf Seite 19 angekommen. Und jetzt kommt hier was Besonderes. Jetzt kommt hier das Bedienpult inklusive Sternenplakate, Poster, Bild, was auch immer. Also soweit der Zwischenstand. Weiter geht's. Hier wurden jetzt viele bedruckte Teile verbaut. Werfen wir einen Blick drauf. Das ist das Bild an der Wand und finde ich, ist sehr, sehr schön bedruckt. Also das macht einen ganz tollen Eindruck und ist ganz einfach befestigt. Wir haben hier so einen Noppenstein verbaut und dann wurde das dann drauf gedrückt. Gut, einfach passt, sieht gut aus, wunderbar. Dann haben wir hier die Bedienkonsole. Auch die ist komplett bedruckt mit 1, 2, 3, 4, 5 bedruckten Steinen. Einfach hier unten auf solche Platten aufgesetzt. Wenig spektakulär, aber insgesamt finde ich optisch gut gelungen. Auch wenn hier an diesem Stein der Druck etwas unsauber geraten ist, sieht etwas aus wie so ein Sticker, der hier fast abgeht an der Kante. Aber ansonsten, ja, selbst ein nicht ganz so guter Druck ist mir lieber als die besten Aufkleberchen. Jetzt haben wir nochmal, um diese Konsole hier zu befestigen, eine ganz interessante Lösung, die Megablocks hier anwendet mit einem Spezialteil, das es glaube ich sonst nirgends gibt. Und zwar dem hier, das hat hier auf der Unterseite also so ein rundes Teil mit so einem Stift mit Loch in der Mitte. Und auf der anderen Seite haben wir solche 4 Noppen. Und das kommt jetzt hier auf so einen ganz normalen 2x4er Stein drauf. Und zwar in der Art und Weise, einmal rumdrehen und hier mittig dann aufsetzen. So, dann kommt der Stein hier auf unsere Konsole und dafür müssen wir die einmal kippen. Und der wird dann einfach hier unten drauf gesteckt. So sieht das Teil dann aus. Wir haben noch diese Einmalnoppe hier unten, diese Einmalnoppe. Und die kommt jetzt hier in dieses Teil rein, was hier schon aufgesetzt wurde. Und dann lässt sich das hinterher auch noch frei drehen. Ich schaue mal, ob ich das hier so hinbekomme einhändig. Ich müsste aber gehen, jawohl, da haben wir es schon. Und man sieht, das ist sehr leichtgängig und lässt sich hier 1A immer noch drehen hinterher. Also ich finde bei Megablocks, die machen schöne Baulösungen. Auch bei der großen Enterprise hat man das ganz oft gehabt, dass da einfach gebaut wurde, so wie es Lego nicht macht. Dadurch, dass die ein paar Sonderteile anfertigen und dadurch eben viele, viele Möglichkeiten sich noch zusätzlich schaffen, um eben Lösungen für Bauprobleme zu bringen. So, aber genug gelobt. Schauen wir mal weiter. Wir sind auf der Seite 25. Und ein bisschen habe ich noch zu bauen. Und dann wird hier alles zusammengesteckt. Viele Teile sind es schon nicht mehr. Das ist das, das und das. Also nur noch ein paar Teilchen übrig. Und dann machen wir den großen Zusammenbau. Und da ist er fertig, der Transporterraum. Ich fahre mal mit euch ein bisschen näher ran, damit man hier einen besseren Eindruck bekommt. Und ich finde, der ist schön geworden. Also mir gefällt er wirklich gut. Da hinten steht schon Scotty, halb materialisiert. Hier habe ich mal unseren guten Captain hingestellt. Und Mr. Spock als Wissenschaftsoffizier bedient natürlich hier das Transporterpult. So, also man kann natürlich auch, wie eben schon erwähnt, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, das Ganze komplett aufhalten, sodass es gerade da steht. Das sieht dann natürlich ein bisschen ungewöhnlicher aus. Aber zum Bespielen, wenn Kids damit spielen wollen, ist das natürlich dann besser. Dann steht Captain Kirk hier komisch in der Ecke rum. Und wir fahren einfach mal einmal dran vorbei. Hier sehen wir unseren Mr. Scott mit den ganzen Transporterplattformen. Ja, schöne Sache. Also wirklich ein sehr schönes Set. Gefällt mir ausgesprochen gut. Wie gesagt, hier, das kann man schön drehen, damit das auch nett aussieht. Aber so richtig entfaltet dieser Raum natürlich die Wirkung, wenn es auch ein richtiger Raum ist. Also nochmal zusammenfalten, Konsole etwas drehen. Und so sieht das richtig nett aus. Die Figuren schauen wir uns gleich noch mal im Detail an. Aber hier sind schon mal die Teile, die übrig geblieben sind. Zwei von diesen bedruckten Wandelementen. Und das hat folgenden Hintergrund. Jetzt muss ich doch noch mal kurz hier auffalten. Denn ihr seht, wir haben hier diese beiden Teile mit diesen Symboliken. Das ist von diesem Imperium, also von dieser Spiegel-Universumsfolge. Das ist, ja, das Logo von denen kann man austauschen dann gegen ganz normale reguläre Steine. Dann hat man den ganz normalen Transporterraum und nicht nur den aus dieser einen spezifischen Episode. Ansonsten, ja, hier noch so eine Standplatte für Mr. Scott, wenn er mal fertig gebeamt ist. Und noch ein paar Kleinteile und ein Phaser. Also alles in allem war es hier ganz gut abgezählt. Und schauen wir uns noch mal die Mini-Action-Figuren an. Die sehen echt gut aus. Also da gibt es kaum etwas dran auszusetzen. Hier dreht sich gerade Spock vor euch. Ihr seht, die haben auch hier diese Gürtel. Und das sind so richtige Gummigürtel, die da oben sind. Also das ist kein Hartplastik, sondern echte Gummiteile, die da umgelegt wurden. Da kann man sogar hier das Messer reinstecken, das er in der Hand hält. Das gefällt mir sehr gut. Vom Druck her relativ sauber. Also muss ich wirklich sagen, man muss immer diese kleine Größe bedenken. Schaut meinen Finger und den kleinen Kopf. Für die Größe ist der Druck ausgezeichnet. Das Einzige, was ich hier bei ihm bemängele, ist, hier unten sein Kinnbärtchen geht nicht ganz bis zum Kinn runter. Naja, irgendeine Kleinigkeit ist ja immer, aber insgesamt gefällt mir echt gut. Schöne Figur hier, unser Mr. Spock. Captain, oh Captain, ja, auch du bist gut getroffen, finde ich. Auch er hat hier diesen Gummigürtel, der ihm hier gerade ein bisschen hochgerutscht ist. Der ist hier hinten allerdings ein klein bisschen unsauber abgeschnitten, kann man aber mit einer Nagelschere ganz einfach korrigieren. Etwas merkwürdig sehen die Arme aus, da er hier nackte Oberarme auch hat und keine Uniform trägt. Sieht man halt die ganzen Scharniere und so, ja, sieht ein bisschen komisch aus. So eine Uniform verdeckt das einfach besser, aber insgesamt auch vom Druck her, vom Gesicht her, gefällt er mir echt gut. Und auch er hat die Lochaugen, die habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Einfach Löscher statt aufgedruckte Augen hat den Vorteil, naja, die passen dann einfach. Und wenn das irgendwie schräg gedruckt ist, dann sieht das immer komisch aus. Aber insgesamt gefällt mir hier Kirk auch sehr, sehr gut. Und zum guten Schluss noch Mr. Scott in dieser transparenten Form, das darstellen soll einfach, dass er sich hier mitten im Beam-Vorgang befindet. Hat auch ein transparentes Messer in der Hand und, ja, da kann man jetzt zum Druck natürlich nicht viel sagen. Aber auch er hat hier seinen gummierten Gürtel an. Ansonsten, ja, man kann nicht wirklich erkennen, dass es Mr. Scott sein soll. Der ist einfach zu transparent. Ist aber für den Effekt, finde ich hier bei der Beam-Kammer, eine echt schöne Idee, so eine Figur hier beizulegen. Also, von daher, auch der wird von mir durchgewunken und gefällt mir gut. Und es gibt ja noch ein anderes Set von dem Maschinenraum. Da kriegen wir Scotty dann auch nicht transparent, sondern ganz normal. Und dann kommen wir noch schnell zum Fazit. Kaufen oder nicht kaufen? Und meine Empfehlung, du stehst auf Star Trek, magst Glemm-Bausteine und baust ganz gerne mal was. Kaufen, 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 solange es die Dinger noch relativ günstig gibt. 25 Euro etwa bei Amazon. Ich verlinke euch das hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr direkt zuschlagen, wenn ihr mögt. Ich finde das Set hier echt klasse. Es ist vom Bauen her jetzt nicht so abwechslungsreich, weil, wie gesagt, hier hinten die Elemente, das ist im Prinzip immer wieder dasselbe. Aber vom Ergebnis her super. Also gefällt mir richtig gut, haben sie klasse umgesetzt hier von Megablocks. Vom Bauen her hat mir hier der Battlecruiser dann doch etwas mehr Spaß gemacht. Aber es sind beides tolle Sets, wobei ich das hier, ehrlich gesagt, bevorzugen würde. Ihr könnt euch ja mal alles anschauen. Ist alles in meiner Playlist. Lego, Leppin und Co. verlinkt, was ich mir hier schon so zusammengebastelt habe. Auch die große Enterprise. Auf jeden Fall, ich finde das Set super. Und kann es jedem, der auf sowas steht, bedenkenlos und bedingungslos empfehlen. Echt tolles Ding. Das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.